Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir nochmal durchgehen, welche Aktien ich aktuell nachkaufe. Ihr wisst ja, ich mache die Aktienanalysen und meine Käufe dort genauso, wie ich in dem Fall meine Kryptoanalysen mache, anhand der Chartanalysen. Wir gehen dementsprechend einmal rüber in die Corner-Camera und wir haben hier jetzt gerade den Coinbase-Chart offen. Das sind insgesamt drei Aktien, die ich nachkaufe und auch eine, die ich jetzt nochmal verkauft habe, wo ich Profite gezogen habe. Also generell ist es ja so, dass ich relativ wenig Einzelaktien kaufe und das auch da ganz klar einfach anhand der Chartanalyse mache. Sprich, ich kaufe, wenn es für mich ein definierter Wendebereich ist und ich verkaufe sie auch wieder und alle Erträge, die ich habe, die wandern einfach in meine ETFs. Generell Aktien, Trading, Kaufen und Sparplan mit ETFs etc. mache ich alles über Trade Republic. Für meine Aktien und ETFs nutze ich Trade Republic. Sichere dir einen 25 Euro Bonus mit dem Link in der Videobeschreibung. Und die erste Aktie, die ich da nach wie vor, das wisst ihr, auf dem Schirm habe, ist dementsprechend die Coinbase-Aktie. Da ist hier jetzt mein letzter Kauf gewesen. Jetzt korrigiert sie gerade schön. Der definierte Bereich in Blau ist dementsprechend einfach nur die Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung. Die galt jetzt mal mindestens anzulaufen. Wahrscheinlich ist es aber jetzt auch so, dass die Gesamtbewegung nochmal korrigiert wird. Also die komplette Bewegung von hier, das wäre ein dementsprechend der grüne Bereich. Das heißt, auch die Coinbase-Aktie hat definitiv noch Potenzial nach unten. Richtet sich natürlich auch so ein bisschen nach dem Bitcoin und generell den Krypto-Market-Cap. Und da scheint es ja gerade so, dass wir dann doch eine stärkere Korrektur sehen, aufgrund der starken Abverkäufe von Grayscale etc. Und danach richtet sich logischerweise auch die Aktie. Wenn Bitcoin komplett im Keller rutscht, dann geht es logischerweise einem Krypto-Unternehmen dementsprechend auch nicht so super in dem Sinne. Das heißt natürlich nicht, dass sie schlecht wirtschaften. Thema Wirtschaft. Haben wir aber natürlich bei der Coinbase-Aktie dann auch doppeltes Risiko. Wir haben einmal die Krypto-Kurse und generell besteht die Gefahr, dass das Unternehmen dann auch tatsächlich schlecht wirtschaftet. Das heißt, wir haben natürlich doppeltes Risiko. Wir haben aber auch ein großes Rendite-Potenzial. Also das muss man natürlich sich auch mal reinziehen. Also von einer Aktie innerhalb relativ kurzer Zeit knapp 500% Rendite. Das ist natürlich schon verrückt. Das sehen wir sonst nur im Krypto-Space eigentlich, wo wir noch mehr Risiko unterwegs sind. Von daher kann das auf jeden Fall auch eine gute Alternative sein. Vielleicht für Leute, die generell auch sagen, ja ich möchte gar keine Kryptos kaufen. Ich möchte mich nicht bei einer Krypto-Börse anmelden, abgesehen vielleicht vom Bitcoin oder sowas. Und genau deshalb investiert man beispielsweise in die Micro-Strategy-Aktie oder eben auch in die Coinbase-Aktie. Also das sind für mich die definierten Kaufbereiche. Und auch bei Coinbase werde ich hier in dem Fall noch nachlegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die gesamte Bewegung jetzt mal korrigiert wird und auch der Bitcoin noch etwas stärker abverkauft wird. Sprich 109 bis 83 Dollar sind in dem Fall hier meine Einstiegsbereiche für Coinbase. Also hier in dem Bereich werde ich dann nochmal nachkaufen. Gut, das war Aktien Nummer 1. Für meine Aktien und ETFs nutze ich Trade Republic. Sichere dir einen 25 Euro Bonus mit dem Link in der Videobeschreibung. Aktien Nummer 2 ist Nvidia, wo ich jetzt nämlich Profite gezogen habe. Und was bis jetzt auch sehr gut aussah, denn die C-Level wurden hier abgearbeitet. Die Bewegung ist schon sehr, sehr groß, also ist schon eine ganze Weile her. Mein letzter Pick, also ich habe Nvidia sowohl per Sparplan gehabt, als auch hier analysiert. Und hier habe ich nochmal Oktober 2022 war das eine größere Summe reingeworfen nach Analyse. Und auch bei Nvidia haben wir dementsprechend eine richtig, richtig starke Performance hingelegt. Von einfach 450 Prozent, 430 Prozent Spitze. Und dann ist es einfach so, klar, kann natürlich die Aktienprobleme auch noch auf 1000 Dollar steigen. Und wer weiß wie weit. Aber generell, dass der Tech-Sektor auch langsam, aber sicher mal vielleicht ein bisschen zurücksetzt. Und Profiten, also an Gewinnmitnahmen ist noch niemand verarmt. Sprich, es ist auch wichtig, dass man zwischenzeitlich einfach mal Profite zieht. Generell ist natürlich auch die Nvidia-Aktie im MRCI World drin enthalten. Die natürlich auch mit dafür gesorgt hat, dass wir einfach auch beim MRCI World einen sehr, sehr starken Anstieg haben. Weil mittlerweile das natürlich auch ein recht großer prozentualer Anteil ist nach Apple etc. Und dementsprechend habe ich hier tatsächlich jetzt auch mal Nvidia-Aktien verkauft. Denn optimal wäre es natürlich, wenn er jetzt hier die Gesamtbewegung auch mal wieder korrigiert. Wie gesagt, selbstverständlich hat Nvidia das Potenzial auch sich von hier jetzt nochmal zu verdoppeln und so weiter. Aber die Luft wird natürlich immer dünner und es werden auch irgendwann größere Gewinnmitnahmen stattfinden. Haben wir hier nicht anders gesehen. Es ist ganz normal, dass Bewegungen irgendwann aber sicher mal korrigiert werden. Und dementsprechend Nvidia aktuell Profite gezogen. Dann gibt es noch zwei Aktien, die ich auf dem Schirm habe, wo ich jetzt nachgekauft habe und nachkaufen werde. Das war unter anderem die PayPal-Aktie, wo ich jetzt noch nachgelegt habe. Diese ist meiner Meinung nach aktuell stark unterbewertet aus folgendem Grund. Denn wenn wir uns natürlich auch hier die Umsatzzahlen anschauen. Viele haben so gesagt, von PayPal jetzt aber mal wirklich die Finger lassen. Der steht so tief wie seit 2017 nicht mehr. Und ja, aber letztendlich die Erwartungen, was den Umsatz antrifft, sind sogar auch, wenn es relativ knapp war, aber die sind sogar noch übertroffen worden. Also das sieht natürlich dementsprechend gut aus für PayPal. Nach wie vor haben die Erwartungen übertroffen. Und daher sind sie für mich definitiv unterbewertet. Also sie haben natürlich auch Konkurrenz mit Clana und all solchen Geschichten jetzt natürlich obendran. Aber auch PayPal hat ja jetzt noch einen eigenen Stablecoin mit eingeführt. Thema Krypto und Kryptozahlung zugelassen. Und ja, auch das wird sich denke ich noch auszahlen, wenn dann der Bullrun im Kryptospace erstmal so richtig eskaliert. Und von daher sieht es auch jetzt hier gerade so danach aus, dass vielleicht langsam aber sicher auch mal hier die Trendwende eingeleitet wird. Also der Abwärtstrend hiermit gebrochen ist. Wir haben natürlich hier immer noch Lower Lows und Lower Highs gehabt. Aber mit der Reaktion jetzt, hier ist nämlich auch mein Kauf gewesen, mein letzter, dass es dann auch für PayPal dann wieder bergauf geht. Also hier sollte es so langsam dann mal Feierabend sein und ab dann auch wieder aufwärts gehen. Und wenn, das ist natürlich auch in dem Sinne, ja, Einzelaktien sind immer in dem Sinne auch ein Zock für mich. Na, ich mache das rein anhand der Chartanalyse und bewerte die Reihen danach. Und ja, das ist natürlich dann auch so ein Ding, den ich wieder veräußern würde, wenn er dann ordentlich steigt. Und die Profile wandern dann wieder in den ETF, damit der natürlich weiter aufgestockt wird langfristig. Genau, also PayPal-Aktie ist meiner Meinung nach aktuell unterbewertet und dementsprechend bei PayPal gerade nachgelegt. Er hat gefolgt direkt von Tesla. Tesla-Aktie steht meines Erachtens auch sehr, sehr tief unterbewertet und hat auch hier schon deutlich besser performt. Sprich, auch hier offensichtlich den Trendwende-Bereich, die Trendwende gebrochen und hier schon wieder ein Higher Low gemacht. Das Higher High noch nicht ganz, das war hier etwas und fast gleiche Höhe. Damit tut er sich jetzt noch schwer, sprich aber aus dem Korrekturbereich. Aktuell hat er einmal rausreagiert, macht er optimalerweise auch noch ein zweites Mal, dass er hier nicht durchrasselt. Und dann sieht das auch für die Tesla-Aktie deutlich besser aus. Aber selbes Prinzip. Ich kann mir hier gut vorstellen, long term, dass wir bei Tesla tatsächlich hier oben landen, langfristig. Wann, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre dauert. Das sind aber auf jeden Fall für mich die nächsten definierten C-Level bei Tesla, wo ich dann genauso wie es bei Nvidia gemacht habe, auch wieder aussteigen werde. Also da haben wir auch hier immer gekauft, hier sind wir ausgestiegen. Besser geht es eigentlich fast gar nicht. Es ist selten, dass ich einen Aktien-Pick so, so gut getroffen habe. Tesla-Aktie wird dementsprechend auch hier oben dann veräußert und da hätten wir tatsächlich aus unserem Bereich hier ebenfalls auch nochmal 270% Gewinn bei der Größe bei Tesla. Das ist eine absolut starke Performance und dementsprechend nehme ich die auch gerne mit. Ja, das auf jeden Fall dazu. Aktien, ETFs etc. Sparpläne mache ich, wie gesagt, alles über Trade Republic. Link dazu in der Videobeschreibung, habt ihr gesehen oder auch im angepinnten Kommentar, wenn ich daran denke. Und dementsprechend war es das für heute. Lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Analyse. Ciao.